Hallo und herzlich willkommen zur Happy Hour. Schön, dass ihr bei dieser Folge des Cocktail ABCs wieder mit dabei seid. Wir machen heute den alkoholischen Cocktail mit dem Anfangsbuchstaben V. Wir machen heute ein Velvet Hammer. Dafür brauchen wir 3cl Wodka, 2cl Creme de Kakao und 4cl Sahne. Wir geben den Wodka, die Creme de Kakao und die Sahne in das Mixglas des Shakers. Wir geben Eis in den Shaker, schließen ihn und shaken 10 Sekunden kräftig durch. Nun nehmen wir ein vorgekühltes Martini Glas und seien den Cocktail doppelt ab. Und fertig ist er, der Velvet Hammer. Der Cocktail hat einen Alkoholgehalt von 18% und schmeckt cremig-schokoladig. Enthält ungefähr so viel Alkohol wie ein kleines Bier. So, das war der alkoholische Cocktail mit V. Nächste Woche machen wir den Alkohol freien. Kennt ihr andere Cocktails, die mit V beginnen? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.